Ein Sales Consultant ist eine Person, die für eine Vielzahl von Aktivitäten verantwortlich ist, die auf den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen abzielen. Genauer gesagt gibt es eine Verantwortung, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen. In diesem Zusammenhang zielt die Tätigkeit eines Sales Consultants unter anderem darauf ab, Kunden zu beraten. Eine aktive Einstellung, um auf die Bedürfnisse bestehender und neuer Kunden einzugehen, ist ebenfalls Teil der Aufgaben. Der Name Sales Consultant deutet in der Regel darauf hin, dass es sich hierbei um einen Mitarbeiter handelt, der über die nötige Erfahrung und das nötige Wissen verfügt und daher als Spezialist angesehen werden kann. Dies ist wichtig, um mit dem Wissen und der Erfahrung auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen zu können. Zum Beispiel spürt ein Sales Consultant, was ein Kunde aufgrund des vorhandenen Fachwissens braucht und übersetzt das konkret in einen Kundendeal. Einer der wichtigen Aspekte dieser Funktion ist, dass es echte Aufmerksamkeit und Interesse für den Kunden geben muss. Die Arbeit variiert pro Tag und wird sowohl innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb des Unternehmens durchgeführt. Zum Beispiel gehört es zu den Aufgaben, Kunden und bestehende Beziehungen zu besuchen. Die Auswertung dieser Kundenkontakte gehört ebenso zur Arbeit wie das Management von Verträgen. Zum Beispiel, um zu sehen, wann es möglich ist, einen Vertrag zu verlängern, wobei die Tarife auch ein Punkt der Aufmerksamkeit sind. Ein Sales Consultant arbeitet in einer bestimmten Branche, ZB in der Technik oder im Bereich der landwirtschaftlichen Fahrzeuge. In diesem Zusammenhang ist die Rede davon, als Bindeglied zwischen dem Handel und dem betreffenden Sektor zu fungieren. Der Zweck der Position kann mit Aktivitäten zusammengefasst werden, die darauf abzielen, den Umsatz in Kombination mit der Kundenbindung zu stimulieren.